kannst du meinen abholen wo seid ihr sehe ich deinen markt hier lebt ja aber noch ich bin drinne ich stehe raus ich gehe in den fight sieht irgendjemand den eckert das müsst ihr sein davon ich bin dritte konzentration jetzt wir sind nicht da kann ich versuchen den krieg abzubrechen dass sie nicht war darauf schießen auf dietrich ich glaube da ist ein spieler ist alle ich sehe das ist da real mcfly mit drin ich weiß das nicht wir fangen an zu borden ich habe gerade einen schwarzen bildschirm und pyro gateway steht bei mir ja auf alle fälle habe ich dann euer schiff jetzt hier vor uns die anderen marken für mich alle übereinander ach ja doch jetzt erkenne ich auch den eckert alter sind die schwer gepanzert also wir sind äh wie ist das drinne ihr könnt hinten aussteigen dann solltet ihr ich mache das flugdeck klar feuer einstellen wenn es geht wir sind drauf auf der idris machen wir auf ich versuche das flugdeck weiter zu verlieren ich kriege ja immer noch die meldung vom hangar wenn du hinten raus gehst müsstest du uns ich komme mit dem fahrstuhl so fett und der scheiß fahrstuhl nicht nach unten es ist auch hier gerade so riesig fettes schiff vorband dann gehe nicht zur klappe hinten raus warum glaube ich den fahrstuhl hat geritt deswegen wollte ich nicht nutzen ich mache weiter das landing deck ich räume landing deck weiter auf ist irgendein auf dem landing deck den ich hoch holen soll wenn den jack wird entspannter landing deck wird entspannter das ist natürlich zu jetzt fällt man ihn noch der ist draußen wo das hieß einer ich glaube ich auch noch nicht was du sagst dann aber los kann ich finde ihre die maja nicht wirklich schicken aber sie ist für sowas ja wirklich perfekt ja die ist ja auch deswegen habe ich die auf den bord seid ihr auch auf der seid ihr auch drauf klappe zu nein anderes bord ok du bist alleine ok schade 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 dann dann mach jetzt den piloten alle ja wie gesagt dann sucht euch ein ziel ich bleib in der nähe ich gehe weiter durch richtung brücke ich muss aber vorsichtig vorgehen das sind die anderen nicht so schnell genommen werden kann er und zeigte das ist dafür die interest zu stellen die ist zu schnell na ja da müsste ich halt sehr dicht ran sonst liegt ja ewig im prinzip nur dran vorbei knapp oder hat sich jemand geopfert das soll die interest reingedonnert das ist so krass aber warum das hat er für munition das noch einer reingedon die laufen alle weg alt die laufen alle durch dann lasse ich immer durchlaufen aber der läuft nicht durch ich würde sagen schnell zum kapitän ja ja ich bin auf dem weg dahin aber ich will mich nicht vom rücken schießen lassen auf das aufwächst auf der brüche sind guten dutzend sehen was man aufwächst sie ganz alleine er schafft das sexy du machst das ich versuchte ich versuchte nach hin wir haben hier tatsächlich eine sperre aufgebaut alle guckt euch das mal die haben die idris umgebaut guckt euch das mal wie geil haben die das denn gemacht CRG da ist aber richtig was los auf der brücke habt ihr das gesehen hört mir die man in der außen an sich zu fliegen ist ganz angenehm ihr ballert ich guck halt nur auf die idris es ist aber gerade mehr so ein ich schieße mal in die richtung und hoffe dass was trifft der ist ja gar nicht da wo ja gezeigt wird na das ist nicht der vermarker wenn man jetzt nicht vorbeigeht in dem mode aktiv wie viele raketen kommen dann noch abgeworfen kommen da kommt schon da mit dem richtigen geben muss muss halt bloß so in die richtung ziehen das hier machen wenn du noch nichts umgeschaltet dass zweimal geht rücken dann bist in dem wo du nur in die richtung halten jetzt habe ich hier so einen permanenten sound bug von den raketen ja das heißt was geht durch irgendwie oh oh da schießt schon wieder einmal gut wir sind ein bisschen ruhig bleiben ist hier entspannt mit ballistischen waffen auf uns hey wie viele raketen schießen die noch auf und jetzt hat uns einer gerannt ich hoffe ihr seid schwindelfrei da guckt euch mal die wie die aussieht die idris ist fast direkt an jetzt haben wir jetzt warte mal ja schießt mal die hammerhead hier vor uns naja das wird schwierig also ihre demo ist halt nicht so wendig hab ich gerade blödsinn gesehen ich dachte ich hätte eine hammerhead gerade gesehen linwood bingsley das ist glaube ich eine hammerhead naja das ist ja irgendwo eine ja die ist vor uns also die krass gepanzerl alter vor uns ist eine hammerhead die hält aber schön still diesmal nehmt ihn doch rein äh die steht ist die im daunseck das ist ja nicht übrigens ne oh vielleicht deswegen ja ok dann sind ja eh alle froh sozusagen sind wir fertig ne jo ist die mission vorbei ja ist vorbei ja das kann sein dass die besorgen ist aber ist egal das zählt trotzdem ja gut dann kann man ab da ist weg sie dann probier die doch mal jetzt in deinem besitz zu kriegen versuche ich gerade habe ist die noch hier ja ich kämpfe damit noch keine ahnung du sitzt im steuer ja ich sehe sie nicht ich bin bei dir drinnen ja wenn man bei das war jetzt noch eine schwere geburt aber tischer die doch geschmeidig der stormtrooper ist auch mit auf der idris vielleicht hat der die geburt das das doch nicht ich krieg ständig jord lieben und jord hier sind und was macht mal sein ja wir können theoretisch nach hause fliegen eigentlich eigentlich warten wir jetzt drauf dass fexy den captain erledigt damit der idris weg springt ich glaube idris schießt immer noch uiuiuiuiui ok ich glaube wir fliegen da weg ja was ich weiß nicht wo ich hin bin alter ich bin irgendwo um nirgendwo hase ich versuche ja auf die kranken aber die krankenstation was die krankenstation die ach so wir könnten natürlich jetzt auch mit drauf wollte das machen nee du kommst ja nicht dran wie schießt jemand noch nö ich bin rausgesprungen ich flieg da jetzt ich mach zur valkyre da sind noch ein paar kleine flitzer drin damit kommt aber so die bewegt sich doch nicht mehr wir stellen uns einfach dahinter oder so ja die bewegt sich nicht mehr nö ach so ich weiß nicht wenn man direkt hinter uns hinter die stellen dann sollte die uns nicht treffen und da wirst du dir sicher nö ach so warte mal du solltest safe aber du hast dich aber jetzt in der station gebunden ne ja ja ich war schlau diesmal ja guck mal ob du unten drunter kannst so wo ist denn ja hinten da ja 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 eh nicht bewegt dann mal rein ebay das geht dann schon also nicht mit den leuten die gerade gestorben sind wir stehen jetzt direkt hinter der idris im chat lese ich gerade es noch noch andere nicht in der gruppe die in der idris sind und geht das hier rein ach da ihr ewig leben immer sterben genau richtig geht ihr sterben let's go reiner ich habe rein und ich habe gar nichts mit stimmt aber aus moralen moralischen beistand komme ich mal mit rein ja wo ist jetzt meine rüstung vergesst dein helm nicht problem ist kommen nicht rein kann mit einer wasserflasche ja ich auch vielleicht müssen wir höher ein ist auch docking collar hier ist der docking collar offen jetzt habe ich in kein helm auf ja ich freue mal weiter auf wenn wir nachher mal reingehen ich glaube hier ist eine kranken station mit jetzt einmal ich habe die schnellreise wie gesagt wenn ihr von unten in die idris reingeht da ist so ein cargo bay da kommt hier rein ja jetzt bin ich jetzt bin ich tot weg sie schafft das docking port a ist offen ich suche hier gerade im bett was wir irgendwie nutzen können und ich glaube auf so ein bett willst du nicht auf das bett nicht aber da komme ich aber nicht rein weiß irgendwie nicht auf na gut egal erwartet einer auf dich naja da geht aber nicht auf leider dann gehen wir mal weiter kuchen wollen wir mal weiter suchen es wird entspannter auf jeden fall also es wird entspannter auf der idris es ist nicht mehr vor irgendwie noch die abschießen dankeschön 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 für die ganzen follows freut mich natürlich sehr schön dass ihr da seid vielen dank für den support ja ich suche jetzt gerade so ein bisschen die brücke raus ich will jetzt nicht in die karte großartig reingucken sonst bin ich auf einmal weg deswegen glauben einfach jemand ein bisschen rum wir werden das schiff weiter klären dass wir keiner mehr da sind hoffe ich dass die jungs noch dazu kommen wir haben jetzt ein bisschen ruhe ein bisschen zeit das alles fertig zu machen docking color wenn die npc schon etwas neuen haben dann kann man die auch klauen ja ja kann sie kannst du beklauen die die npcs du kannst ja alles weg dem rüstung alles ich habe die gleiche uniformen wie die npcs ne meinst du dann erkennen die dich nicht nase ich lieg tot hier draus ja wenn du noch ich habe kein messbender bei uns richtig die liegen genug tod rum und die ich weiß aber das ist nachtla nur eins mal sechs kilometer habe ich schön zeit im zimmer ich liege übrigens an der docking port weiß ich nicht dann gucke ich gleich mal ich gucke gleich mal wenn du noch hilfst ist cool dann versuche ich gleich mal zu fliegen ist die rechts oder links von der idris äh beides glaube ich ja die sind echt schwer gepanzert die fuzzis die halten mehr aus die normale npcs tatsächlich ich sehe gerade unten an der idris ist noch eine luke es wurde gerade gesagt dass man darf besser reinkommt oder oben über die docking ports rechts und links die sind der auf der rechten seite ist übrigens offen da kann man direkt rein die scheiß tür auf die anscheinend da hat angst er hat auch angst ist es vorbei langsam wie als dieses vorbei hier mit den jungs ja aber der hat eine waffe auf dem rücken ich weiß nicht wirklich den trauen würde also ich bin unten an der idris ich bin gleich bei luna grad schon ich habe keinen marken von mir ich habe aber ein ich sehe so das ist gut weißt du anzug her die granate explodiert leider nicht weißer strammelanzug ich bin weiter 800 meter noch alle wie cool die das gemacht haben alle kommt das haben sie schon geil gemacht mit der idris ne die haben nicht nur die idris hier einfach hingestellt die haben das komplett idris vom interieur umgebaut also das haben die schon geil gemacht das finde ich saugeil da können wir dann hier unten ansonsten wenn die und nicht weiterkommt ist der schießstand die linke der rechten seite oben der drücken kohle ist offen da ist nicht so gefährlich zum rein da ist sie einfach oder sollte rein liegen weil hinten hat sie massenweise typen gehabt die geschossen schießt denn die idris noch oder kann man sich langsam schießt noch wie wir am besten ja zehn kilometer ist ein bisschen auch bald ja das ist ein bisschen weit ich habe mich nicht auf dem medley vor ort ja gut du hast jetzt das event dann ist ja egal so ich bin gleich auf der brücke ich kann ja mal mit der valkyrie ein wenig näher ranfliegen und dann mal gucken ob ich dann rein mach ganz entspannt ich bin auch gleich auf der brücke mach vorsichtig wechseln da sind echt viele auf der brücke ich würde dir helfen ich weiß echt wie gut wie die brücke ist alter scheiße 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 das ist einfach der leichenvoll das ist schon aufgehoben alter halten die aus jungen das war mit der munition ein bisschen besser mit dem magazin besser klappen würde noch was ist denn da 50 oder nicht ich bin ich bin bei dir unter dir 50 meter ich bin 60 meter von dir bitte oh gott ok ich bin da und der cyber opa der opa kann mich jemand aufheben liegt ja in der treppe wo ist jetzt der eingang oben rechts und links da siehst du meinen marker michael einfach drauf zu steuern ich bin direkt am einkang ich schläge hier irgendwas ja irgendwo was soll ich halt nicht machen mit den leuten hier noch alles gut ich wollte dich nur ja ich kann ja die bier gerade machen schießt sie noch wo ist denn am mann ich hab ich sie dich ich komm versuch da hinzukommen aber wir schießen ja ein pc ist das einfach hier noch weg was soll es ist das einfach ich bin jetzt mal in der schleuse ich bin jetzt mal in der schleuse ich bin jetzt mal in der schleuse ich bin jetzt noch ein bisschen weiter aufräumen und dann könnt ihr euch ganz entspannt geht es weiter angucken an den seiten also hinten also hinten an den seiten da sind er überall erlogs links und rechts kommt auch guck